Es hört einfach nicht auf. In den kommenden Stunden flutet uns schon wieder eisig kalte Polarluft. Und das heißt, nachts zum Mittwoch gibt es weit verbreitet Bodenfrost und punktuell auch Luftfrost, das heißt Frost in zwei Metern Messhöhe. Aber das war noch nicht alles. Es wird langsam etwas wärmer zum langen Wochenende Richtung 1. Mai. Aber nächste Woche steht schon wieder der nächste Polarluftvorstoß für uns in Deutschland bereit. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter am Dienstag hier bei wetter.net. Immerhin, es gab mal zwei, drei, vier relativ warme Tage. Besonders der Samstag brachte viel Wärme. Fast schon einen ersten Sommertag mit 24,6 Grad in Jena. Gestern immerhin im Osten noch knapp an der 20-Grad-Marke dran. In Potsdam und Brandenburg 19,3 Grad. Berlin 18,4 Grad. Dresden 17,9 Grad. Und Gentin 17,4 Grad. Aber wie geht es nun weiter in den nächsten Stunden? Naja, heute Morgen gab es zumindest schon verbreitet wieder Bodenfrost. Sondra in Hessen minus 2,8 Grad. Direkt über dem Erdboden Olbersleben minus 1,6 Grad. Eschwege minus 0,8 Grad. Und Solan an der Spree minus 0,6 Grad. Also verbreitet war heute Morgen schon wieder Bodenfrost bei uns in Deutschland. Ein Thema. Und es regnet auch munter weiter. Besonders im süddeutschen Raum. Hier zum Teil 30 bis 70 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Das meiste kommt in den Alpen runter bis zum Samstagabend. Aber auch in der Landesmitte so 5 bis 15 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Deutlich trockener hier im äußersten Norden und im Nordosten. Hier maximal 1 bis 5 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Ja, und bei den Ensemble-Prognosen tut sich relativ wenig. Wir sehen hier die Ensemble-Prognose für Schwerin. Und das Weiße ist das Mittel aus allen Berechnungen. Darauf kommt es an. Und das Rote ist die 20-Grad-Marke, die Frühlingsmarke. Und wir erreichen sie nicht in Schwerin bis zum 11. Mai. Es geht total unterkühlt weiter. Und dazu fällt auch immer wieder Regen. Also von Wolle im Monat Mai ist da relativ wenig zu sehen. Zumindest in den ersten 11. Mai-Tagen. Und wir schauen noch mal nach Limburg an der Lahn. Auch hier sieht es nicht viel besser aus. Das Temperaturmittel, die weiße Linie, bleibt meist um die 15 Grad. Und selbst die Ausreißerberechnungen schaffen kaum die 20-Grad-Marke. Und dazu gibt es auch in Limburg immer wieder Regensignale. Also das wechselhafte Wetter dauert auch im Mai weiter bei uns in Deutschland an. Wir blicken auf die Wetterkarte vom heutigen Dienstag. Udo ist da und Udo bringt uns kühle Luftmassen hier von Nordwesten nach Deutschland. Und das heißt, so richtig warm will es heute überhaupt nicht mehr werden. Also 20 Grad sind bei weitem nicht mehr drin. Die Höchsttemperaturen gerade mal plus 8 bis plus 11 Grad. Das Höchste der Gefühle. Viele Wolken, teilweise Regenschauer. Regional eng begrenzt. Auch noch mal kurze Gewitter mit Starkregen und stürmischen Böen. In der Nacht dann zum Mittwoch wird es relativ kalt werden. Die Temperaturen gehen runter auf plus 5 bis stellenweise minus 4 Grad. In höheren Lagen der Mittelgebirge verbreitet ist überall mit Bodenfrost zu rechnen. Und wie gesagt, der Himmel, der lockert dann auch mal auf. Und deswegen wird es ja so kalt. Stellenweise gibt es auch Dunst oder Nebel zum frühen Mittwochmorgen. Ja, der Mittwoch bleibt weiterhin deutlich zu kalt für die aktuelle Jahreszeit. Die Höchsttemperaturen gerade mal 8 bis 10 Grad, 12 Grad im Südosten. Etwas wärmer hier am Rhein mit 13 bis 14 Grad. Die Sonne, sie tut sich aber weiterhin ziemlich schwer. Wärmer dann zum Donnerstag. Vor allen Dingen in den südlichen Landesteilen 15 bis 18 Grad. Nach Nord und Osten 9 bis 13 Grad. Hier immer noch einzelne Regenschauer. Nach Süden bleibt es meist trocken. Ein Gemisch aus Sonne und Wolken ist zu erwarten. Und auch der Freitag dann, naja, eher durch Wachsen. Nicht wirklich frühlingshaft schön. Temperaturen 10 bis 15 Grad. Immer wieder viele Wolken. Regen hier, der von Westen aufzieht. Einmal ein fettes Regenband, was es überquert. Es ist sehr windig. Es ist sehr ungemütlich. Zum Samstag dann beruhigt sich die Wetterlage wieder ein klein wenig. Einzelne Schauer im Osten und Süden sind aber immer noch drin. Die Temperaturen steigen aber dann auf 19 bis 21 Grad im Südwesten. Sonst so 11 bis 17 oder auch mal 18 Grad. Und besonders nach Nord und Osten sind viele Wolken unterwegs. Hier bleibt es aber meist trocken. Der Sonntag ist dann insgesamt ein ganz netter Tag für eine Wanderung. Und auch für den Tanzen im Mai abends. Wenig Regen ist zu erwarten. Es wird sogar freundlich sein. Immer wieder lockern die Wolken auf. Die Sonne scheint und die Temperaturen, sie erreichen so 14 bis maximal 20 Grad Richtung Rhein-Main-Gebiet. Am 1. Mai, da ist das Wetter zumindest anfangs noch ganz gut für eine Mai-Wanderung. Aber dann zum Nachmittag ziehen neue Wolken auf. Und die bringen hier besonders im Südwesten Regenschauer. Teilweise auch mit Blitz und Donner. Und die Temperaturen, sie erreichen im Südosten gerade mal 9 Grad. Ansonsten aber so 16 bis 19 Grad. Also das hält sich alles nur so ein bisschen die Waage. Aber danach wechselhaft. Der 2. Mai, 9 bis maximal 17 Grad. 19 Grad am Oberrhein. Aber schon wieder wechselhaft. Immer wieder Regenschauer, Graupelgewitter. Das volle Programm. Und auch die Tage danach, da brennt der Frühling eher auf Sparflamme. Mittwoch 11 bis 16 Grad. Im Süden ab und zu Regenschauer. Auch am Donnerstag im Süden Regenschauer. 14 bis 21 Grad. Und am Freitag nächste Woche freundlich. Aber schon wieder kühle Temperaturen bei Sonnenschein. Gerade mal 12 bis 18 Grad. Die Frühlingswärme, sie lässt weiterhin auf sich warten. Zumindest die dauerhafte Frühlingswärme. Und das sehen wir auch am Mittwochmorgen. Also morgen früh verbreitet Luftfrost ein Thema. Das sind hier die grünen Bereiche. 0 bis minus 3 Grad. In einigen Muldenlagen bis zu minus 4 Grad sogar. In den Mittelgebirgen drumherum ist überall Bodenfrost. Morgen früh ein Thema. Und auch der Donnerstagmorgen fällt immer noch relativ kühl aus. In der Landesmitte ist Luftfrost zu erwarten. 0 bis minus 1, teilweise minus 2 Grad. Drumherum ist Bodenfrost weiterhin ein Thema. Also die Kälte lässt einfach nicht locker. Und siehe da, nächste Woche Donnerstag am 4. Mai. Ich hatte es schon angedeutet. Neue Kaltluft von Nordeuropa. Aber flutet Deutschland, dann wäre schon wieder Bodenfrost und teilweise Luftfrost bei uns ein Thema. Wir werden die Kälte einfach nicht los. Ein Blick auf die Ensemble-Prognose bis zum 10. Mai. Und die Temperaturen liegen aktuell im Norden um die 10 Grad. Steigen an auf 10 bis 15 Grad. Mehr ist da aber nicht drin. Ab und zu fällt im Norden Regen. Im Westen relativ ähnlich. Bis zum 10. Mai tut sich da erst mal recht wenig. Anfangs um die 10 bis 12 Grad. Später 10 bis 15 oder auch mal 16 Grad. Viel mehr ist nicht zu erwarten. Hier ist die 20-Grad-Marke. Im Mittel erreichen wir sie nicht. Und ab und zu fällt auch immer wieder hier ein bisschen Regen. Der Blick nach Ostdeutschland. Auch hier wechselhaftes Wetter. In den Mai hinein Temperaturen in den ersten Mai-Tagen maximal um die 15 Grad. Nachts immer noch mal um 5 Grad. Oder auch darunter ab und zu etwas Regen. Und auch im Süden das Ganze relativ ähnlich. Immer wieder Niederschlagssignale. Temperaturanstieg auf 15 Grad. Auf diesem Niveau bleiben wir eigentlich bis zum 10. Mai. Bis zum Ende der ersten Mai-Dekade. Keine dauerhaften Temperaturen von mindestens 20 Grad zu erwarten. Und in der Landesmitte auch da immer wieder Niederschlagssignale. Und Temperaturen so um die 15 Grad. Teilweise nur 10 Grad. Später noch mal nachts unter 5 Grad. Bodenfrost ein Thema in den ersten Mai-Tagen. Und dazu auch hier ab und zu mal etwas Regen. Und der Regen summiert sich auf. Das sind mal die Regensummen bis zum 8. Mai für Deutschland. Weniger Regen im Norden als in der Südhälfte. In der Südhälfte von Rheinland-Pfalz runter bis nach Baden-Württemberg-Bayern. Zum Teil 40 bis 50 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Nach Norden und Osten maximal so 5 bis 15 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Das wechselhafte Wetter geht also bis weit in den Mai hinein weiter. Ein beständiges Frühlingshoch ist bei uns in Deutschland weiterhin nicht zu erwarten. Das war es vom Wetter. Einen schönen Dienstag. Tschüss, bis bald.